Einen wunderschönen guten Morgen gewünscht hier draußen, meine Lieben. Kühlmittel nachfüllen Sie, Betriebsanleitung. Ich hole den ab aus der Werkstatt und er will lauter Sachen haben. Was ist denn da los? Achso. Ja? Mein Auto möchte Kühlmittel haben. Welcher? Der Kleine. Ja, habe ich dir gesagt, dass er aber noch mal das Führzeug riecht. Welche Farbe muss da rein? Rot, siehst du ja, weil das ist der kleine Behälter oben drauf wieder. Haben wir noch Rot da? Ich glaube ja. Ich glaube, das reicht nicht. Was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Machen wir jetzt noch eine Mörderkiste draus, da? Eine ganz, ganz schwere. Eine ganz, ganz schwere. Okay. Und dann, was weiß ich noch. Und jetzt? Und, was ist das? Oh. 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 die kleine ist jetzt gerade endlich aus ihrem mittagsschlaf erwacht und ich musste mich gerade echt zügeln nicht auch einzuschlafen deswegen dachte ich mir kommt dann du hast jetzt noch drei oder vier stunden zeit bis hier mal die bude voll ist und bis wir essen bestellen marlene hat heute besuchte eine person die ich noch nicht kenne dich doch nicht einzuschätzen weiß deswegen gesagt kommen wir stellen einfach jeder das bestellen worauf er bock hat und ich kann nichts falsch machen beim essen machen so war meine so mein gedankenschritt und das werde ich auch so machen ich weiß jetzt nicht mal die ins besuch kommt der kommt alleine und fährt auch auto und so deswegen ist mir das egal da muss man sich darum kümmern aber ich hoffe dass das alles so passt dass wir dann quasi ich bin nicht zufrieden mit der einstellung hier gerade das ist dann nachher passt mit dem essen und so mara hat ja auch heute eine freundin da deswegen ja ich friere wie sauer stellt ich bin ich hätte gerne mal so eine zwischen so ein zwischending aber das ist mir teilweise schon jetzt so tief mal du kommst du hier ich mache jetzt einmal käsetoast kurz damit ich nicht verhungere kommst du kommst du her möchtest du auch noch was essen möchtest du auch noch was essen möchtest du auch noch mit Apfel, Milchreis, Grießbrei, Birne, Banane, Zwiebel? Was heißt das? Was möchtest du? Du musst mit mir reden! Was möchtest du 해요? Hä? Was bist du? Was möchtest du haben, Milchreis, Grießbrei, Birne, Banane, Zwiebel? Ja? Sieht das gut aus? so da du mich so anstrahlst glaube ich dass du sagst ja mama ok maris kommst du mal kurz a wegen dem gläschen und b weil ich dich frage ob du auch einen toast möchtest komm mal runter möchtest du auch noch ein toast essen möchtest du dann das rest haben von den gläschen ja was ist das birne banane mit zwieback das ist zwieback zwieback sind diese möchtest du mit käse mit ich habe benjamin gekauft noch einmal draußen leben gibt arschkloppe kannst du die ränder bitte auch noch um die was da gibt es keine ränder eins oder zwei gleich das für mich naja was kannst du mir das bitte auch schmieren ne ich lasse es einfach so drauf und hoffe dass es alleine verschmiert nein mama sag mal natürlich verschmier ich dir das ich bin da nicht mit dir das ist jetzt nur zu überbrückung weil ich habe dann doch beschlossen dass wir heute bestellen ja weil das einfach zu viele leute sind und ich weiß auch nicht wegen marines besuch ich hoffe weil dann ich habe keine ahnung ja 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 nein morgen ist wochenende morgen ist amstag morgen ist erstmal frei frei ich war das so bricht jetzt eigentlich noch mal eine woche urlaub ich muss hier sitzen das ist berlin stehen hier kurz vor dem alexanderplatz erster rechts sieht schon schön aus maris oder das ist der bus wo mit amy ankommt ja keine ahnung ne sie wird vorne sitzen denk ich mal keine ahnung ich meine ich hab egal was ist die da überhaupt kommen ja ich probel auch andere was an ja wahrscheinlich ja oder ja warte mal warte was ist ich hab ne sie ist noch nicht da ha 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 ich finde es schön der vertrag marlen warte jetzt kommt sie warte ha 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 bist du aufgeregt bist du aufgeregt bist du aufgeregt bist du aufgeregt warte 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 die warte warte Die sind die 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 is ich habe keine ahnung was das ist und ich weiß es auch nicht einfach so und dann malu mach mal winkel winkel nee jetzt ist das ipad so was war das stand ja ich koche gerade es gibt es gibt zum beispiel das ist auch ausgeschnitten nein so morgen machen wir ein bisschen kinderbespaßung das ist mein pivy naja klutscht er dich ganz doll klutscht er dich ganz doll klutscht er dich ganz doll ja da sind schon die haare dran komm rüber lass sie ich will nicht jeder klutscht dich hier so doll ja was weißt du warst die ganze zeit wieder unterwegs ne war ich gar nicht nur wegen dir war ich noch unterwegs wegen diesem blöden tesla gedöns ja wir haben jetzt einen tesla performance für zwei tage mal zum testen ob der tesla was wäre oder ich finde ihn halt optisch überhaupt nicht hübsch also ich finde ihn jetzt auch nicht hässlich aber er sieht überhaupt nicht gut aus total uns scheinbar charlie kommt runter sieht halt aus wie ein ganz normales opa oma auto ja ja die teintechnisch haben sie es halt überhaupt nicht drauf meiner meinung ja sehe ich auch so jetzt warten wir aufs essen ich gucke nochmal nach was ich bestellt habe aber wo hast du bestellt bei kohle pizza ähm was ist cool beleuchtet um 52 um 52 wir haben es jetzt 20 nach also vor 30 Minuten ungefähr ich glaube ich gehe ganz kurz runter mache ihr eine Flockenflasche Flockenflasche pass auf sie flockt hier sonst vielleicht mal runter und weil sie reibt sich schon die ganze zeit die augen dass sie sich dann quasi gleich hinlegen kann das ist doch schon spät schon ja ja schon 2020 genau wow 2020 müde ja ja welche müde welche müde und was ist wenn man müde ist ist man schlecht gelaunt hinspel hey hast du mir schon ein kleiner ironischer und wer es jetzt gekommen hast du hast gesagt was hast du gesagt eresuting aber du schon gesehen die oder ja doch ich habe tatsächlich das in die ankunft gefilmt Haben die Leute gerade gesehen schon. Wo rennt er denn schon wieder hin mit ihr? Ich erkläre dir ganz kurz was. Wenn du sie so trägst, ja, und du stolperst, habe ich Angst, dass sie dir mit dem Kopf oder sowas auf den Tisch oder sonst irgendwo aufschlägt. Weißt du? Machst du eine Flockenflasche oder soll ich das machen? Nee, er kriegt das nicht hin. Na gut, dann nehme ich sie und du machst Flockenflasche. Bis gleich. Flockenflasche. Hallo? Malu? Malu? Ich weiß gar nicht, was wir gestern noch gefilmt haben. Ich glaube, hier, wir haben Kohlepizza bestellt. Und dann ist jedes Kind bzw. alle Kinderbesuch usw. ins Bett gefallen. Zumindest habe ich nichts mehr gehört von niemandem. Deswegen, äh, ja, ist das hier ganz ruhig verlaufen. Ich war noch ganz lange wach. Bis 23 Uhr. Das ist für meine Verhältnisse echt lang. Und habe die Dokumentation, dieses Bushido Reset, mir angeguckt. Finde ich ganz interessant. Hier ist gerade vielleicht mal zwölf Stunden einmal nicht gesaugt worden. Schon ist sie wie so ein Pilzbär. Ich muss dich fressen. Ich muss dich fressen. Ich muss dich fressen. Darf ich hier in den Fuß beißen? Schon wieder ein Haar. Ekelhaft. Gesundheit. Gesundie. Ja, ähm, ich warte jetzt gerade auf die Mädels. Die Mädels sind beide, ähm, Brötchen holen gegangen. Ich liebe die Murenbrötchen hier bei unserem Bäcker. Ähm, und warte jetzt auf Marlene da oben, dass da sich mal was bewegt. Ich habe schon geschrieben, aber wir haben es jetzt so 9.19 Uhr. Weil die wollte heute auch noch ein bisschen was machen. Da muss ich mal gucken, wie das läuft bei der da oben. Mal gucken. So, ich abschide mich jetzt hier von dem alten Vlog für euch. Das, was ihr von uns hört, bis morgen um 18 Uhr. Morgen werdet ihr wieder lustige Sachen haben auf jeden Fall. Matthias Titel, äh, großes Wiedersehen. Großes Wiedersehen. Ich hatte noch mehr. Weiß ich nicht mehr. Scheiße. Okay. Malou? Malou? Das ist wieder von uns für euch. Bis morgen um 18 Uhr. Tschüss. Mach wie ein Quieke da? Hast du jetzt hier eine rote Stelle? Winke, winke. Winke, winke.